Jo, hallo liebe Freunde, willkommen zurück zu Let's Play FIFA 13, die 5-Saison-Spiel-Saison mit mir, dem Partian-LP und mir, dem It's Me Hero. So, dann schau ich mal weg. Ja, wie du vorhin noch gesehen hast, ich bin am Machen, also gut. Norwegen. Ach, endlich hast du mal Norwegen, es hat dich schon zweimal gegen Micha und gegen Chris. Und, oder dich, okay. Und gegen Chris. Okay. Okay, gib Gummi. Stopp. Ach du Scheiße. Schweden gegen Norwegen. Skandinavien. So, jetzt. Okay. Ich muss Stopp sagen. Ah, ich muss wegschauen. Stopp. Jetzt habe ich episch spät Stopp gemacht, aber egal. Hünevors. BK, so. Der steht sogar am 4. Februar gegründet. Okay, geht's. Okay, bei mir geht's. Bist du schon dran? Ja. Stopp. Alter. Was wäre davor gewesen? Das ist nur Scheiße. Das wäre vielleicht noch gewesen. Aber nein, das da. Meiner wurde am 4. Februar 1800. Oh, die Trikots sind. Nehmen wir das. Ist das so. Guck dir mal die Form von meinem Trikot an, Alter. So, weil der Körper betont wird. So, mein bester Spieler hat 60. Ich habe 49er drin. 68 hat mein bester. Boah, ich habe 67er Verteidiger. Das ist eigentlich meiner der Torwart von... Alter, mein Torwart hat ja im Fall die Behinderte bewertet. Aber ich habe einen. Der heißt Adelsteinson. Adelsteinson am Ball, Alter. So, den neuer 40er hauen wir auch raus. Den... Du hast nicht ewig Zeit, Bro. Ja, ich weiß, aber das sind so viele... Im Vergleich schlechstere. So viele beschissende, ne? Ja, ja. Ich habe Weltstars auf der Bank sitzen. Wer kennt nicht die Vita Jensen? Oder Oevers Jö. Ja, wer kennt sie nicht, die Weltstars? Und sowas wird hier einfach leicht... Gustavsson, Augustus, Augustsson, Angus, Floren. Ich habe zwei Gustavsson. Einer im Tor und einer im IK als Verteidiger. Ich habe... Verdammt. Los geht's. Torenblatt. Adelsteinson. Der wird heute der Spieler des Tages werden. Ich rieche das schon förmlich. Bei dem Namen kann schon nichts mehr schief gehen. Aber der Rasen ist schön. Ja, schwedischer Rasen. Ikea-Rasen. Naja, stimmt. Du hast ja Heimspiel. Wobei... Liegt viel zu wenig Schnee dafür, dass wir in Schweden sind. Die Jahreszeit sicher, ja. Boah! Erste gute Situation für Patrick. Aber mein Torwart... Der Torwart der Nationalmannschaft aus... In Norwegen, würde ich sogar sagen. Wunderschöne Flanke... Mit einer Bewertung von 98. Ähm... 88. 89, ja. Ja, das ist der Manuel Neuer des Weltfußballs. In Form. In Form. Ja, da kommt was auf uns tolle Flanke. Ja, das ist, wenn man nicht nah genug am 16er ist in Flanke. Das ist so sinnlos. Wenn die kein frühes Flanken können. Und wer denn noch einmal her? Ja. Aber trotzdem, Alter. Diese Weltmannschaften, die wir hier haben. Immer. Hatten wir jemals gute Mannschaften? Ich glaube, da mit den Bocco Juniors, das war noch das Beste. Da Bocco Juniors und ich hatte auch so eine... Dreieinhalb-Sterne-Mannschaft. Doch Bolivien war gut. Naja. Drei-Sterne-Mannschaft. Immer noch besser als diese Mannschaften. Das ist klar. Bitter wäre, wenn einer von uns Irland kriegen würde und der andere irgendwie Barca. Weil in Irland haben alle irgendwie nur 0,5. Das weiß ich schon. Und nur dann Gegner Barca. Das wäre echt bitter. Oder Spanien gegen Indien oder sowas. Na, Indien ist cool. Ja, aber die müssen alle 8 Minuten tanzen. Genau. Oder Kühe anbeten. Ramchit. 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 Ramchit Bomba-Rakati. Ich moke tancht, man. Boah. Der schießt, das ist völlig... der Ball bei mir gewesen jetzt. Der ist draußen. Der wusste, ne? Einmal abgeworfen, ist einmal draußen. Nein! Abseits. Boah, der hätte drin sein können. Aber... Man weiß nie. Ja, ja. Bei FIFA? You know... You don't know. Oder wenn der Assistent winkt... Ob das hier... Boah, geile Ballernahme. Sehr nice. Sehr nice. Sehr nice. Da kommt der schwedische Absolut-Wodger. Da kommt der Österreicher in ihm durch. Boah. Meine Mannschaft ja mal so überhaupt talentfrei. Norwegen sucht den Super-Fußballer. Nicht in Norwegen. Aber Fallrückzieher. Jetzt der Random... Schwarze. Das war der Krotennäger. Kopfballschau. Alter. Jawohl, der fliegt genau in die Arme des Torens. Wie viel hat dein Tor, Mann? 36. Ähm, mein Gott. 68. Ja, 68 war's. Yunus, ey. Jetzt kommt er ja. Meine Fresse. Ey, deine heißen HPK. Heartbreak-Kit. Heartbreak-Kit. Sean Michaels. Da können sie jetzt einen Konter draus machen. Alter, das ist mein erstes FIFA-Spiel seit einer Woche oder so. Ich hatte heute ein Spiel jetzt davor. Sonst war ich immer Mass-Mass-Mass-Effekt suchten. Boah, meiner hat einen einfach umgeschobst. Der hätte jetzt gefehlt in der Innenverteidigung. Hätte. Hat der aber nicht getutet. Aubin. Aubin gegen Südtirozen. Guck, mein Spieler. Wie ein Spieler von Weltalter. Lalalala. Ah, sehr schöner Pass. Also ich hab jetzt nicht mal gesehen, der Ball hat. Hat er genau richtig eingeschätzt. Jetzt könnte es gefährlich werden. Oh, komm, Elfer. Hahaha, bei dir weiß man nie, für was ich in Elfer bekomme. Ja. Irische Härte. Obwohl keine ihren Mitmachen. Das könnte Rot geben. Ne, war nicht letzter Mann. Das ist Adel Steinson. Der Mann mit dem Namen Adel Steinson. Das war Verhinderung einer klaren Torschance. Da freut sich der Trainer. Ja, bei den Vereinen schon. Im Mittelfeld. Foul. Feitelung einer Torschance. Boah, wie er ihm den Ball abgenommen hat. Weltklasse von beiden Mannschaften. Die erste Halbzeit. Torlos. Bis jetzt. Natürlich macht Tim auch noch FIFA LPs. Karriere Modus, oder? Ja, ja. Karriere Modus mit 2-1 Blue Wings. In der zweiten Bundesliga. Noch. Noch. Ob das noch was wird mit der Mannschaft. Ein Ölscheich will deinen FIFA-Club aufkaufen. Ja. Nein, der will meinen ganzen Kanal kaufen. Meinen YouTube-Channel will der mir abkaufen. 100 Milliarden. Ich habe Nein gesagt. Yes, endlich. Hast du den Innenverteidiger weggeschickt? Ja, ja. Thornblade. Oder Thornblood. Thornblood. Ehe würde Thornblade haben. Der norwegische... Ne, der... Ich habe... Der Ikea-Gott. Der Ikea-Gott. Der Ikea-Himmel fällt uns auf den Kopf. Ja, da hat wohl einer nicht drauf vergessen. Mein Zimmer besteht nur aus Ikea-Mübel. Du hast sicher Bili. Benno oder Birella? Bili habe ich nicht. Nee, auch nicht, Ben. Bisschen was. Wie kann man die bei... Alter, die zwei besten Regale von Ikea. Die zwei besten Möbelstücke von Ikea. Die werden schnell kaputt, wenn man sie... bisschen berührt. Wie... Wie berührst du deine Möbel, Alter? Ja, wenn man da bisschen irgendwie anschusset, dann blättert gleich die ganze halbe Farbe weg. Das ist bei mir nicht passiert. Okay, dann gehe ich nur scheißen. Nee, ich hatte Bili. Das hatte ich schon. Gott sicher... Ja, aber du hast wahrscheinlich noch die alte... Aber ich hatte dann eine andere... Nee, nee, bei mir ist auch nichts runter. Naja, nur Ikea schlechtreden. Ich mag Ikea. Ich habe da gar nichts schlecht. Ah, den Ikea ist getauscht. Dass du mir wieder vorwirfst. Ja, ich werfe dir vor. Du wirfst dich immer vor. Boah, das biedert mich an, diese Mannschaft. Was sollst du jetzt überhaupt Fußball nennen? Boah, lauf doch. Was die hier spielen. Das ist mehr so... Amateur-Kick. Also ich habe Amateur-Mannschaften besser spielen sehen. Boah, 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 da ein Foul jetzt. Ja, hast du das nicht gesehen? So, als ausgleichende Gerechtigkeit will ich jetzt auch einen Random-Elfmeter. Du bist mir in die Füße gefallen. Ganz tragisch. So, 1-0 nach der ersten Halbzeit. Äh. Pause, warten auf den Gegner. Ah, geht ja doch. Da, wo du es gesagt hast, ist bei mir die Statistik aufgeploppt. Was? Ja, Sir, wir wissen alle, was du... Pff, warnt mich. Ich habe nicht mal R2 gedrückt. Ganz sachte wollte ich ihn annehmen. Sachte. Bei so Spielern, da nimmt er das Wort sachte in den Mund. Bei Norwegen. Verstehst du? Bei Wikingern. Er sucht den Abschluss. Er hat den Ball sofort verarbeitet. Wer hat den? Oder? Abstoß. Abstoß. Ah, die, die, ähm, ähm, ich weiß nicht mal, wie meine Mannschaft heißt. Ich weiß auch nicht, wie meine, irgendwas mit dem... Deine hießen Geist. Äh, Gays. Gays, oder sowas. Das ist sicher nicht Gays ausgesprochen. Jetzt hasst dich, der eine Fan. Dein eine Abonnent ist, ist... Das ist Fan von diesem Club, genau. Ist Geif... Ist Gay-Fan. Jetzt ist eine gute Flanke. Das klingt so falsch. So, jetzt ist die Abwehr zur Stelle. Das klingt so, wer jetzt Abwehr ist. Ja. Was ja nicht stimmen wäre, aber trotzdem klingt das irgendwie so Gay-Fan. Du bist ein Gay-Fan. Du bist ein Gay-Fan. Du bist ein Gay-Fan. Du kannst nichts dafür, aber du bist ein Gay-Fan. Ja. FIFA. Wow, Hammerstoß, Alter. Das war sein schwacher Fuß, Bushy. Ja, das haben wir doch doch rein. Bis jetzt geht der Sieg in Ordnung. Aber das muss besser funktionieren. Ja, so kann es weitergehen. Auch wenn die HBKer sich zurückkämpfen. Gegen die Gays. Das sind meine Gays, nicht Gays. Sondern? Weiße Fußball, wegen dem Trikot, meine ich. Ja, hier, dann. Wir zeigen dir mal meine schwarzen, schwarzen Power. Meine Fresse. Schwarzen Negapower kommt jetzt bei mir, Alter. Ich pack den Arnold jetzt aus. Ich hab jetzt den Terminator um Platz stehen, aus der Steiermark. Aus der Steiermark, Kürbiskernöl. Boah, das hättest du meinen Spieler berührt, ne? Das hätte er Rosa gegeben. Voll hin. Was? Ich hab doch meinen nur nieder. Ja, das ist unsportlich. Wenn der Spieler fällt, dann fällt er. Ich hab nicht mal passen gedrückt. Das war zu ungenau. Davon hat der Verteidiger sofort profitiert. Oh, hast du gesehen, wie doll dieser Pass war. Ja, ja. Komm, die rechte Seite sind wir nicht offen. Tchum, tchum. Ein wunderschönes Zuspiel. Pff, Alter, wollt ihr mich verarschen? Wurde gestoppt. Ja, was sollen die jetzt antworten? Wenn die antworten, du verstehst die nicht. Du kannst kein Spädisch. Sollte ich jetzt auch mal fragen, ob meine mich verarschen wollen, nach der Aktion gerade? Hä? Hä? Aber es gibt definitiv mehr schlechte Clubs bei FIFA als gute, weil... Das kann jetzt statistisch so... Weil ich hatte noch nie mehr richtig gute Mannschaft, der zwei FIFA bei den Zufall-Matches, ne? Sicher in der Ballbahn. Nein! Nein! Der kann's nicht. Aber da war Wumms hinter dem Schuss. Manni, du siehst und hörst nicht fassungslos. Will keinen Spieler mehr an den Ball, ha? Ja, Ball annehmen bedeutet laufen. Laufen bedeutet Arbeit und Arbeit bedeutet Ausdauer. Und die haben die in der Liga nicht. Alter! Kommt ihr überhaupt noch mal einen Ball an bei irgendeinem, den wir wollen? Gut gekämpft, Junge. Wohin jetzt? Das ist dumm, genau. Da wollen mich doch alle verarschen. Bis hierhin und nicht weiter, sagt der Verdammt. Danke für den Abschluss. Was ist denn das? Keine Gefahr, nur Abstoß. Schweden! Norwegen! Dänemark! Ne, ich war... War ich Dänemark? Ja, zudem wollte ich. Der wollte ihn fast durchlassen, der Bastard. Ecke. Alter, der hat... Das war so Captain-Zubasa-Kick, Alter. Angus. Also das war unverdient, das 2-0. Das 1-0 ging noch in Ordnung. Jetzt ist meine Mannschaft... Ähm, abseits. Hey, warte. Wahrscheinlich dann im Nachschuss, glaube ich. In dem Nachschuss, vom Nachschuss, vom Nachschuss. Wie gerade, oder was? Hä? Du hast ihn gegrätscht. Oh. Ja, deine Spieler wollen dich mobben. Die hassen dich abgrundtief. So, ich habe die behinderte Mannschaft aller Zeiten. Das sagen wir zu jeder 2-Sterne-Mannschaft. Nein, aber... Sieht fast aus wie eine Blutgrätsche. Die sind ja noch viel behinderter, als ich erwartet hatte. Wobei jetzt schöne Passstafette... Das war eine Flanke. Und deswegen hat er den Kotor, Mann. Hey! Ah, jetzt verstehe ich Gaze. Hä? Ja, das muss Rot geben für Spong. 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 Den sicher Spong. Für Spop hat es nicht mehr gereicht. So sieht ein Pass aus. Da ist auch Spong am Ball. Wo ist Patrick? Hey! Hey! Angriff auf den Gegner. Ein lieber Mann, aus der... Also... Jetzt gibt es der Alter. Und der am ersten vorbei. Wow! Mein Torwart hat hier gegeben. Wie in FIFA Street. FIFA Street. Und... Ist es jetzt schon vorbei, die Saison? Drück mal auf Ja. Jetzt haben sie gewonnen, dieses Spiel. Das gibt selbstverteilt. Ja, das ist das Saison gewesen. Das war die Saison. In den Saisonsspielen insgesamt noch unbesiegt. In meinen Aufnahmen. Du wirst sicher wieder mal dabei sein, denke ich. Wenn du Lust und Bock hast, ich sag... Danke fürs Zusehen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschü. Tschü.